ok dann erklär doch mal noch mal die regel damit jeder das vernünftige also freunde der sonne knüppel und ich spiele heute from zero to hero und zwar im richtigen format wir werden nichts haben weder geld noch items noch irgendwas wir spielen gegeneinander wir werden jeden raid gemeinsam spielen jeder darf nur das looten was er erschießt nichts anderes wenn dann ein juicy boy liegen sollte ist das ein regelverstoß niemand darf nichts also du darfst nichts aufheben was du nicht erschossen hast oder erschlagen hast also theoretisch auch nicht was irgendwo frei rumliegt richtig aber wie willst du dann den ersten menschen töten es geht gar nicht die sie doch mal klar indem du eine kiste mit einer waffe ja gut aber das heißt ja doch dann ist ja dann loot der so spawnt den kannst du auch ja na klar natürlich aber nur keine leichen ja klar genau leichen nur die man selber erschossen hat gut wir machen das jetzt vier stunden lang und wer am ende am meisten rubel hat ist der gewinner aber auch wirklich nur rubel und nicht stash worth ja ne nur rubel es darf übrigens nichts im flea market verkauft werden der flea market ist tabu auch keine ammo kaufen auf dem flea market nichts wird auf dem flea market genau auch ganz wichtig dass das haben wir vorhin gar nicht bequatscht gehabt wir dürfen nur munition bei den händlern kaufen naja und munition nein keine medizin nein ok ahja du musst gar nicht loslaufen na sicher wir sind wirklich los was soll das denn okay ich bleib hier sitzen bleib hier im häuschen damit ich nicht gleich erschossen werde mensch ich habe mir doch schon mal die munition an die da liegt ja mach ich warte weißt du was ich auch noch einsammeln hier die waffe die hier auf dem tisch hier drauf liegt oh come on oh come on alter oh man too schweinig oh come the fuck on oh bp munition voll oh not bad oh man du bist nicht von der kiste oben alter hau ab du schwein naja oben an der kiste kannst du haben bisschen glück musst du ja auch haben mhm ahja hier ist schon das erste teil wertvolle rubels also ich laufe woanders lang wir müssen ja nicht zusammen auf einer stelle rumlaufen oder nee nee ne ich wollte gerade sagen lauf nur lauf in dein verderben ich hab auch das Gefühl weil wir haben schon M4 Schüsse aus dem kleinen Gebäude gehört mhm hierher gelaufen ja bleib doch weg Tia bin extra leise reingelaufen jetzt lernst du hier alle Tia natürlich zurecht auch du hast hier großen Vorteil ich musste diesen Vorteil kaputt machen ja im Leben nicht zack AK-74N hallo was haben wir hier für schöne Munition PS Munition hallo da fällt ja immer besser Dizzy willst du nicht gleich aufgeben halt dein Maul man das kann doch nicht wahr sein die ich halt schon dreimal so viele Kisten durchsucht hab wie du und du schon zwei Waffen hast was das weißt du doch gar nicht doch auch einige schon durchsucht ja aber nicht so viel Waffen ich hatte die Schuhe bist du noch bei mir im Gebäude drin nee oh mein Gott ich bin tot mir kommen gerade Leute her ich bin tot ich hab gerade meine beiden Waffen entladen weil ich PS nachladen wollte oh mein Gott die sind mega fulle Kyp Dizzy oh das hört sich in einer F4 an ja ich bin tot die kam genau bei mir rein gerade ey der muss genau zu mir kommen ne alter der ist halt Jussi McJuice schießt die MP etwa auf dich ja ich bin tot so ich bin tot man ja der stand direkt bei mir im Raum drin du bist tot ja oh oh finally yes und dann krieg ich auch oh man ey und dann krieg ich auch noch die beschissene Waffe von all dem oh 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 knüppi ja fuck hey knüppi ha ha ich hab schon gesehen alles gut als wenn ich mir jetzt wegen einer Runde Sorgen mache oh 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 knüppi jetzt sei doch nicht gleich so wegen einer Runde war ich mir doch keine Sorgen Typi sei doch nicht gleich so traurig ha ha oh oh nee oh fuck ich hab nein oh dann kennen wir echt gar keine Loot Spots ne hier bin ich total aufgeschmissen kein Problem haltet nicht an mich ich weiß wo es hingeht oh mein Gott und vor mir ist ein Typ mit mit nem T ja der hat nen TX pass auf der hat einer mit dem hier Thermalbild Scanner aufm Kopf scheiß da du weißt was ich meine ja mitten im Wald vor dir scrawl ich dir jetzt sogar jetzt läuft mit nem TX7 oder TN wie heißt keine Ahnung wie das scheiß Ding da heißt T7 ja T7 heißt das Teil viel Spaß da läuft mit nem T7 aufm Kopf rum ja ich sag dir so mal such mal suche ich hier nicht zum Markt so ne geb ich dir noch Tipps wann geb ich dir überhaupt Tipps weiß ich nicht keine Ahnung geh da nicht hin vielleicht töte ich ihn jetzt auch einfach ey Kribbi ja ich bin bei 460.000 ja easy ist ja gut gut dass ich mal auf die Fullekipten Leute treffe und du einfach an denen vorbei läufst ach genau Shoreline wollte ich spielen genau Shoreline Shoreline ja? ja bin in der Lobby ja ich bin gleich da ja musst du mir doch schnell nochmal PS abbekommen ja das ist natürlich schon wieder so ein Spawn wo ich mir denke so ficken ich weiß gar nicht ob hier oben was spawnt kann ich dir sagen ne tut's nicht richtig hier in der Ecke bin ich halt eigentlich nie so wiii du kennst ja wahrscheinlich bestimmt diese ganzen oh ja ja ich wusste es ich weiß ja auch wo einer ist und du läufst ja gerade von weg nice oh mein Gott nein oh Gott verpisst euch doch was ist denn das? Spawn schon Bots hinter mir oh nein ich bin ja ein fucking Hedgling oh no oh no das war schön 69 äh 59 schutz äh BP gefunden oh nice ich bin tot ja ich werd schon wieder mit nem Skepp angeschossen ey hey bist du wirklich tot? nein noch nicht ich kann mich nicht mehr bewegen gut ich kann mich nicht bewegen mein Charakter ist ich der ist da wo du gerade eben durchgelaufen bist am blauen Zaun ich kann aber nicht aufstehen ich hab irgendeinen Bugs kann nicht aufstehen ich seh den nicht der ist irgendwo da in dem Gebiet drin ah ja das ist Scharfschützen Skerf bin tot da hättest du halt eigentlich zurück also ich bin eh verbuggt ich lieg hier quasi und kann nix machen ich wollt dir aber helfen ja das hättest du nicht machen brauchen ich sterb sowieso gleich weil ich verdurste gleich er hat mir den Bauch zerschossen das war kein Bait alright here we go ok hier hier ist eine Dings Case irgendwo ja hier oben da hinten die nicht hinter uns ne die ist hier vorne die Tasche ne hinter uns ist so ein Stash ja ist auch einer aber hier vorne ist die Tasche die ist dichter ok ich hab noch 10 Energy es geht doch wurde bisschen hoch gesetzt ja hier dann komm mal her hier vielleicht hast du Glück ne ich geh zum Stash ja ich werd das jetzt essen aber dadurch werd ich jetzt leider verdursten aber vielleicht find ich gleich was gehen wir jetzt hier in die andere Garage rein und was läuft hier bei mir? könnte ich sein hm hört sich an als wenn jemand im Oli drin ist ah ok da ist jemand im Oli drin yay in Tushanka essen wir halt nochmal was dann haben wir wenigstens nicht so das zählt auch wieder nicht ne? Dehydration has started ey wenn ich's nur wieder in also ich sag mal so wenn jetzt wenn das so weit das behindert dann kauf dir halt eine Flasche Wasser oder so weil kann ich mir nicht mal kaufen ich hab 5000 haha I'm dead bin grade verdurstet wie viel Rubel hast du denn? 4000 reich das nicht für eine Flasche Wasser? awesome ne du kostet 11.000 oh fuck Munition kannst du ja auch nicht verkaufen oder? Munition kann ich verkaufen mal jetzt glaub ich auch aber reicht dann trotzdem dann hab ich 10.000 reicht immer noch nicht? fuck füllt sich das ein bisschen im Stash auf? also mein Stash ist jetzt komplett leer und ich hab noch 10.166 ja aber füllt sich essen und trinken im Stash schon auch nicht? ja klar natürlich ich hab jetzt noch ein Wasser hab ich jetzt schon und 16 HP dann bring ich dir jetzt Wasser mit ich bin ja nicht so Prapor wollt ihr dir doch was schicken? ja klar bestimmt Prapor schickt dir wirklich was ne? ja ja ich hab dir ne AKSU PP Munition und ein Magazin Knüppi ich guck grad nicht hin auf dein Bildschirm ich guck grad nicht auf dein Bildschirm Knüppi na das ist dein das wär gecheatet Knüppi ich guck grad nicht auf dein Bildschirm ich sterbe wie ein Mann ja und verliere wie ein Mann ich guck nicht auf dem Bildschirm ich glaub dein Chat guckt auch nicht und mein Chat auch nicht ok dann erweitern wir die pass auf denn wir erweitern das ich kann mir das nicht mehr angucken dann machen wir dann machen wir zumindest essen und trinken Heilung nicht aber essen und trinken ok? sagst du jetzt wo ich grade eine Blasche Wasser gekauft habe um sie dann zu entfernen ich hab gar nichts gesehen ich hab gar nichts gesehen ja ich hab die jetzt grade entfernt weil ich damit ich wieder auf die gleichen Rubel stand bin wie vorher ach quatsch ja doch hab ich grade ja aber du hast was gegessen und was getrunken äh was gegessen und was getrunken ja? ich hab was getrunken aber jetzt 59 Wasser ok gleich mal wieder auf dem Tisch gucken saßte ja? halten wir in den Systeme nein 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 oh Sade ich will mit dir Knüppi Knüppi? komm mal kurz her warte Du darfst mir nichts hinlegen das geht nicht nee aber ich möchte dir zeigen mit meinem genusslichen Pineapple Juice JAHHAHAHA Mmmmm, haaa, dieser schöne Ananas-Sapf geht runter wie Öl. Ha 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 haaa! Äh, Knüppi? Ja? Wo bist du? Äh, drüben in den Garagen, gerade drinnen. Ja, komm mal auf die andere Seite, bitte. Kein Scheiß jetzt. Komm mal auf die andere Seite, die liegt in der Acker. Durchsuche noch kurz meine Sachen hier. Ja. Oh mein Gott. Du bist nicht vor mir in den Garagen, oder? Nein. Okay. Ich bin hier in diesem Tank. Äh, ich weiß, wo du warst. Ich hab ihn gesehen. Schieß auf mich. Also, theoretisch könntest du flanken. Ich hab beide! Der Chat ist fucking back! Zwei von Ägypten! Let's go, Chat! Let's go! Let's go! Wohooo! Wohooo! Oh nein, da ist noch einer! Oh nein, da ist noch einer! Ich hab auf ihn geschossen. Kannst rangehen! Oh nein, er hat mich gepusht! Scheiße, ich hab's nicht gehört! Fuck! 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 Ich bin auch tot. Ich hab den Rücken geschossen, aber nur zweimal. Also, ich call das vorzeitige GG meiner Seite aus. Ich geh mit mir geschlagen. Ich geh mit mir geschlagen, Dizzy. Hm. Ich brauch jetzt nicht noch mal reinlaufen, nur mit einem Messer in der Hand und mich von dem Scaf erschießen lassen, weil ich versuch den umzumessern. Weil du bist jetzt bei wieviel Millionen? 1,2? Almost. Mehr? Ja, deswegen. Du bist halt einfach die bessere Ratte, was so ist. 1,5 Millionen. Easy! Ich hab 0. Also, ich hatte 110. Pfff! 110.000 hatte ich. Dann, äh, Final Night 1 geht dann nicht. Ja!